In diesem Video geht es um die besten Drohnen. Der Qualitätssieger in unserem Drohnetest geht an die DJI Mavic Air 2. Mavic Air 2 setzt neue Maßstäbe in Bezug auf Leistung und Mobilität und bietet erweiterte Funktionalität in einem kompakten Formfaktor. Intelligente Aufnahmefunktionen und eine hervorragende Bildqualität machen kinoreife Luftaufnahmen zu einem Kinderspiel. Mit einer beeindruckenden Akkulaufzeit von bis zu 34 Minuten bleibst du lange genug in der Luft, um dein gewünschtes Ergebnis zu erzielen. Im Sportmodus kannst du sogar imposante und rasante Aufnahmen mit einer Höchstgeschwindigkeit von 68 km pro Stunde filmen. Mavic Air 2 nimmt seine Umgebung in drei Richtungen wahr vorwärts, rückwärts und abwärts. Noch mehr Sicherheit bietet die Hindernisvermeidung, die ideal dafür geeignet ist an die Grenzen des Möglichen zu gehen. Mit einem 1,5 Zoll CMOS-Sensor nimmt Mavic Air 2 beeindruckende Fotos mit 48 Megapixel auf. Kreative Luftaufnahmen sind mühelos zu meistern, dank flüssigem Video in 4K mit 60 Bilder pro Sekunde. Das flache Farbprofil D-Cinelike speichert mehr Bildinformationen für die Nachbearbeitung. Der H.265 Video-Kodec zeichnet mehr Bildinformationen auf, benötigt weniger Speicherplatz und bewahrt den Dynamikbereich und die Details deines Filmmaterials, sodass du Meisterwerke der nächsten Generation erstellen kannst. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der DJI Mini 2. Mit weniger als 249 Gramm wiegt sie ungefähr so viel wie ein Apfel und passt in deine Handfläche. Mit einer maximalen Akkulaufzeit von 31 Minuten bietet DJI Mini 2 mehr als genug Zeit, um die perfekte Aufnahme zu erstellen. Mini 2 ist auch bei Windstärke 5 noch flugfähig und kann selbst in 4000 Metern Höhe noch abheben, sodass deine Videos auch dann stabil sind, wenn du entlang einer windigen Küste oder hoch über einem Wald in den Alpen fliegst. Eine 12-Megapixel-Kamera am Himmel liefert Fotos und Videos, die garantiert beeindrucken. Zusammen mit 4K 30 Bilder pro Sekunde Videos und einem motorisierten 3-Achsen-Gimbal sorgt Mini 2 für eine atemberaubende Bildqualität, die unabhängig von deiner Abenteuerlust immer für weiche und flüssig Videos sorgt. Mit dem integrierten OCU-Sync 2.0 kann DJI Mini 2 automatisch zwischen zwei Frequenzen wechseln, wodurch die maximale Übertragungsentfernung von Mini 2 auf 10 Kilometer erweitert wird. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Drohne-Test ist die Holystone HS 720E. Die 4K-Kamera erfasst viel mehr Details der wertvolleren Moment. Mit 60 Bilder pro Sekunde aufgenommene Videos werden flüssiger wiedergegeben. Die elektrische Bildstabilisierung reduziert Unschärfe und sorgt für stabilisierte Videobilder. Steuern Sie die Drohne und genießen Sie die Landschaften über die App. Wenn Sie nach Hause zurückkehren, teilen Sie Ihre Kreation mit einem Klick in der App. Die 5 GHz FPV-Übertragung ermöglicht eine längere und reibungslose Bildübertragung. Ausgestattet mit der neuesten Flugpfade-Funktion können Sie die Flugpfade der Drohne selbst anlegen und Sie können die Drohne anweisen, gemäß der festgelegten Route zu fliegen. Mit der Follow-Me-Funktion des HS 720E werden Sie Ihnen automatisch folgt, egal wohin Sie gehen. Sorgenfrei, da Sie immer automatisch zurückkehrt, wenn die Batterie schwach ist, das Signal verloren geht oder Sie eine Taste Return Home drücken. Es wird um den Punkt kreisen, den Sie voreingestellt haben. Erhalten Sie leicht professionelle Bilder, wenn Ihre Gedanken und Hände frei sind. Falls Dir das Video gefallen hat und Du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.